Antarktis Die Antarktis, auch Antarktika, ist nicht nur die kälteste und eine fast unbewohnte Region der Erde, sondern gilt bis heute als der am wenigsten erforschte Kontinent unseres Planeten. Seit Menschengedenken wird diese Region auch als Terra Incognita, unbekanntes Land, bezeichnet. Regionen Gremland, Maribördland, Quimotland, Ross Eischef und Ross Island, Viktorialand, Wilkesland. Weitere Ziele Südpolmik Murdo Sound, MC Murdo Station, USA, Scott Base, Museumt, Palma Station, Port Lockroy Paradise, B. Almir Ante, Braun King, George Island, Mid-Arktovski Station, Neck Harbour, Küverville Island, Deception Island, Hanna Point, Half Moon Insel, Eitio Insel, Neumeyer Station, 3 Ritsch A. Berge Mount, Vincent Mount, Tyree Mount, Shin Mount, Kredek Mount, Gardner Mount, Epparly. Vulkane Mount Erebus Mount Terror Heiße Quellen am Strand von Velas Bay of Deception Island befindet sich eine Geotamal Lagune, in der man baden kann. Wissenschaftliche Stationen Deutschland Friedhöfe 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 Ticket Es wird angenommen, dass von Bellingshausen die Antarktik am 27. Januar 1820 sah, drei Tage bevor Bransfield das Land anvisierte, und zehn Monate vor Palma, der dies im November 1820 tat. An diesem Tag erreichte die durch Fabian von Bellingshausen und Mikhail Petrovic-Lasareff auf zwei Schiffen geführte Expedition einen Punkt der 32 Kilometer innerhalb des antarktischen Festlands liegt und sie konnten die Eisfelder dort sehen. Deutsche Entdecker und Forscher Von 1901 bis 1903 gab es die erste deutsche Südpol-Expedition, die auch als die Gauss-Expedition, Name des Forschungsschiffes, bekannt wurde. Ziel der Expedition war die Erforschung des unbekannten Gebietes südlich der Kergelen und neuer Antarktis-Gebiete. Unter der Leitung von Erich von Drügalski, einem Arktis-Forscher und anerkannten Geologie-Professor, entdeckte die Expedition das Kaiser Wilhelm Zweiland und sichtete aus einem Forschungsballon den Gaussberg, internationalisiert auch Gaussberg. Rätsel alter Karten Bis heute geben einige alte Landkarten Rätsel auf. So die Karte von Orontis Phineus aus dem Jahre 1531. Auf ihr wurde die Antarktis mit einiger Genauigkeit dargestellt. Neben der Ost-Antarktis, die fast deckungsgleich mit heutigen Karten ist, ist auch die West-Antarktis dargestellt. Eine ähnliche und noch genauere Karte stammt von Gerhard Kremer, der auch als Mercator bekannt war, dessen Karte aus dem Jahre 1569 stammt. Doch dies ist nur der Anfang vieler Rätsel der Antarktis. Mit dem Flugzeug im Sommer gibt es einige Anbieter von Flugzeugtransfers zum Südpol mit Kurzzeitaufenthalt. Hierfür muss allerdings mit sehr hohen Kosten gerechnet werden. Mit dem Schiff im antarktischen Sommer wird die Antarktis von einigen Firmen in Exkursionen per Schiff befahren. Hurtigrouten, eine skandinavische Schifffahrtsgesellschaft, die für ihre Postschiffrouten in den nördlichen Meeren bekannt ist, führt seit drei, vier Jahren im Sommer, südliche Hemisphäre, also in Europa von ca. November bis März, Schifffahrten in die Antarktis durch. In der Regel sind dies von Wissenschaftlern begleitete Routen von Chile oder Argentinien aus über die Dregpassage in die Antarktis. Die Veranstalter müssen hierbei die strengen Auflagen des Antarktis-Vertrages beachten, um das größte und unberührtehste Naturreservat dieser Erde nicht zu schädigen. In Usuaya machen eine Vielzahl verschiedener Kreuzfahrtgesellschaften halt bevor sie in die Antarktis aufbrechen. Über die Reisebüros in der Stadt gibt es diverse Last-Minute-Angebote mit denen die letzten Plätze auf den Schiffen noch belegt werden sollen, je nach Saison kann man für einige tausend Euro mitfahren, eine Buchung aus Europa kann dagegen schnell fünfstellige Beträge kosten. So lässt sich vergleichsweise viel Geld sparen, jedoch sind diese günstigen Plätze natürlich nur begrenzt verfügbar und lassen sich nicht im Voraus buchen.